Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal, unserem ersten wichtigen Stadion-Vlog. Ja, heute geht es zu einem richtig legendären Spiel und zwar zum ersten Mal seit 37 Jahren ist der erste Winterthur wieder in der Super League und wir sind live mit dabei. Wir sind jetzt gerade auf dem Weg Richtung Schützenwiese und ich werde euch heute mitnehmen zum ersten Mal seit 37 Jahren das Spiel gegen Basel, dem so großen Verein in der Schweiz gegen das momentan noch so kleine Winterthur. Schützenwiese, ausverkauft und ich nehme euch heute mit. Wie hat man will sagen? Sehen wir uns vor dem Stadion. Eine Stunde vor dem Match beginnt das Stadion bereits ausgekauft, ausverkauft, alle sind schon drin. Auch wenn ich geist kann, dass die Stadion so auf jedes Spiel brennt. Kranke Choreo hier noch am Start. Sieht sehr geil aus auf jeden Fall vor dem Match. Jetzt kommt das erste Tor von Winterthur in der Super League seit 37 Jahren. Macht euch bereit. Jetzt kommt das erste Tor von Winterthur in der Super League. Palmschneider auf der Schützenwiese 1 zu 0 für den FC Winterthur. mit den для Kulturen hochschraubt. Ich bin auf jeden Fall mit den Kulturen hochschraubt. und am Tag auf der Schüsse 1 zu 1 geschickt, dem Kleiner aus der Wintertour und dem Großen 1 zu Basel. Vielleicht sieht es nach dieser Zeit bereits anders aus als der Wintertour, der auf der Wintertour Große und Basel, dass die Kleiner-Mannschaft 1 zu 1 der Schüsse fährt. Jo Leute, ich melde mich hier noch kurz aus dem Schnitt. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Es war so ein bisschen ein kürzerer Vlog. Ich konnte auch nicht wirklich gut filmen, weil es halt so in der Kurve und so darf ich nicht unbedingt filmen. Ich konnte auch nicht einmal selber sprechen. Man hätte mich nicht gehört. Und ich mache das Outro hier, weil es nachher, nach dem March war es zu dunkel, um irgendwo noch zu filmen. Man hätte mich nicht mehr erkannt und deshalb würde ich sagen, Danke fürs Schauen. Abonniert diesen Kanal, liked dieses Video, kommentiert dieses Video. Alles dies, das hört mal im Podcast. Und dann sehen wir uns nächstes Mal wieder. Bis dann. Ciao.